Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir innerlich zerrissen sind, fehlt uns oft die notwendige Ausrichtung. Im ganzen Hin und Her des Lebens überfordern uns die vielen Möglichkeiten, die uns offen stehen. Oder wir erleben uns wie in einer Sackkasse gefangen. Es ist zum Aus-der-Haut-Fahren. So ergeht es auch dem großen König David, der nicht so recht weiß und weiter weiß. Ganz ähnlich die Ausgangslage des Besessenen von Gerasa, der von einer ganzen Legion von Dämonen gefangen gehalten wird. Das Phänomen der Besessenheit und die Welt der Dämonen wirken auf viele Zeitgenossen zumeist befremdlich, wie aus einer anderen fernen Welt. Und so könnte man die im Evangelium geschilderte Heilung abtun, als hätte sie nichts mit meinem und unserem Leben zu tun. Der Theologe und Bibelwissenschaftler Friedolin Stier hat das Wort Dämon einmal mit Abergeister übersetzt. Und so finde ich plötzlich Zugang zu diesem schwierigen Phänomen. Auch ich bin manchmal besessen von diesem Abergeist, den Abergeistern, wenn ich beschwichtige, relativiere und für mich einen möglichst bequemen Weg suche. Diese Abergeister verleiten mich dazu, dass ich für mich einen Glauben ersehne, der nicht viel kostet, der mir kaum Anstrengungen abverlangt. Und vor manchen Konsequenzen bewahre ich mich, indem ich mir einrede, dass Jesus alles nicht so gemeint haben kann. Daneben gibt es natürlich auch starke lebensfeindliche Kräfte in uns, die uns auf die schiefe Bahn locken oder gar in Abhängigkeiten und Süchte treiben. Möge Jesus sich auch in meinem und unserem Leben als der Heiland erweisen. Möge unser Vertrauen so groß sein, dass wir ihm uns in seiner Macht ganz anvertrauen können, sodass die Dämonen und Abergeister mit uns kein leichtes Spiel haben. Vertrauen wir unserem Gott, der uns auf seinen Wegen in die Freiheit führen will. Frei von irgendwelchen Besessenheiten, frei von irgendwelchen dämonenhaften Kräften, frei von irgendwelchen Abergeistern. Amen. ... ... ...